So, wie kann ich den denn verfehlen? Was ist ein schweres Essen? Ah, Kohl ist ein schweres Essen. Himmelshand gehört Ihnen noch! Ah. Nicht schade. So, nää, nää, nää. Fünf, zwölf, ah, da bin ich zwar wieder extrem langsam. Boah, jetzt ist er zum Kotzen. Was ist das so macht? Nein, zehn. Da noch ein bisschen Meht trinken, vielleicht. Eins, zwei, drei, vier. So. Ja. Dann beschwören wir mal kurz unseren... ...atronagen. Und er macht die Sache schön. Los, das machen alle. Ah, da ist er. Hey, gefunden. Der Pfeil ist so schlecht. Ach, die Pfeile können wir mitnehmen. ...eine Bratspie. Sonst noch was, ne? Wieso kommt auf einmal wieder dieses Infozeug? Ich hab doch... ...ja. ...ja. Hey, gut. Puh. Mal fünf. Kleiner Augenblick. Okay. Ganz komisch. Ähm. Fünf. Wieso? Musste ich nochmal... ...Ration. Schwierigkeit. Warte ich schon. Rasten. Warten. Spielhilfe. Ne. Ah, hier ist der Hilfe. Ne. Oh, egal. Ey, wieso sind denn Feinde denn da nicht? Ich sehe überhaupt keinen. Was soll denn der Mist? Oh, oh. Blastend. So. Kann ich... Trage ich den schon wieder zu viel? Wieso trage ich den immer zu viel? F5. Hm. 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 Was könnte ich mal weghauen? Was fiel? Wie? Elfenhelm? Ne. Den. Ja, aber. Ein Kombination. Ah, jetzt hab ich den. Das ist mein Helm, den ich immer hatte. Ach ne, beschlagene Rüstung. Ah. Hier. Äh. R. Und... R. Was wiegt denn hier noch so extremst viel, was ich nie benutze? Lederstiefel. Mystische Handschuhe. Die sehen ja cool aus. Hm. Ne Waffe vielleicht, die ich weghauen kann. Die Holzverlags wiegt man natürlich übelst viel, war ja klar. Streitkolben benutze ich ja selber sowieso nie. Zaubertränke. Ne, die werden verkauft. Die werden jetzt nicht liegen gelassen. Bücher. Halt, überhaupt. Oh. Okay, Schlüssel haben kein Gewicht. Das ist schon mal schön. Rohrkorzahn. Okay. Ah, die Holzschale. Die kann schon mal weg. Hm. Sonst noch irgendein... Fackeln brauch ich nicht. Dazu hab ich meine Magie. Jetzt brauch ich nur noch irgendwo vier... Korallentrachen klauen. Ja, stimmt. Das war die. Äh. Ah, der Trollschädel. Der kann weg. Oh, ich wieg immer noch zu viel. Jetzt kann ich irgendwas essen, was 0,5 oder sowas hat. Oder halt zehn grüne Äpfel. Ah, genau. Jibbi. Jetzt kann ich weg. Frack. Der Stolz von Tel Vos. Okay. Puh. Wo gehen wir mal jetzt zum Wolkstein? Festung Dämmerlich. Da muss man sowieso nochmal rein. Ja, wir gehen mal nach Weißlauf. Wenn Feinde dann hier sind. Ah. Ich drehe am Rad, Mann. Es sind keine Feinde in der Nähe. Es sind einfach keine. Na, endlich. Okay, was machen wir als nächstes? Sachen verkaufen gehen. Gute Entscheidung. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse spielt. Das gefällt mir. Ah, bestimmt weil ich in Optionen immer geguckt habe, welche Schwierigkeitsgrade es gibt. Deshalb hat es das nochmal wie auf 0 runter gesetzt. Was echt schade ist. Weil ich wollte ja nur gucken, was es für Schwierigkeitsgrade gibt. Ja. Ich kann kaiserliche Sachen schmieden. Und Stahlsachen. Das beeindruckt mich jetzt wirklich. Schmuck. Wow. Die kostet 308. Was? 830. Silberringe. Wir machen schön welche mit. Diesen Dinger. Ich habe nicht sehr viele Silberbräume. Das ist echt schade. Ich habe nicht sehr viele Silberbräume. Das ist echt schade. 121. 121. 131. 151. 151. 151. Ach, hier kommen zwei Ringe raus. Jetzt verstehe ich es. Gut. Ehm. Lederarm schieben. Ah.